In der Blaunecke, Jerry Elliott, geboren am 20.06.76 in Lagos, brachte er gestern 76,2 Kilogramm, 43 Kämpfe, 37 Siege, 27 Mal durch K.O. In Köln, seiner Wahlheimat, da kämpft er für die Straßenkinder, heute kämpft er für uns alle, hier im Ring im Supermittelgewicht, Jerry, die Alpenkönig, Elliott. Der Kampf im Supermittelgewicht, meine Damen und Herren, liebe Gäste, geht über sechs Runden und er wird geleitet. Ich lebe mich noch, ich habe mein Leben, ich verfolge mein Seel, wenn ich aktiv und bin, ich stehe wieder auf. Ich lebe das Leben, was ist mit dir, wenn du am Boden liegst, freut es dir wieder auf. Du hast deine Meinung, du hast deine Willen, wir sind nur Menschen, das ist wahr. Ich habe mein Leben, ich verfolge mein Seel, wenn ich aktiv und bin, ich stehe wieder auf. Ich lebe das Leben, was ist mit dir, wenn du am Boden liegst, freut es dir wieder auf. Ich lebe das Leben, was ist mit dir, wenn du am Boden liegst, freut es dir wieder auf. Ich lebe das Leben, was ist mit dir, wenn du am Boden liegst, freut es dir wieder auf. Ich lebe das Leben, was ist mit dir, wenn du am Boden liegst, freut es dir wieder auf.